So, ich habe ein Päckchen bekommen. You can never be too careful. Ein Päckchen, sensationell. Mal sehen, was da drin ist. Das ist eine tolle Schnur. Super. Die gefällt mir. Oh, zugeschnürt. Zugeschnürt. Was ist es denn? Fairy Box, man. Ben, herzlichen Glückwunsch. Jojobaöl. Noch mehr für die Oblau. Ben und Arna Natural Soda Deodorant. Jojobaöl. Hautstraffend. 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 Ja, Hautstraffend brauche ich auch. Sehr gut. Dann habe ich hier, was habe ich hier noch? Aftershave Balsam. Teebaumöl. Hm. Wild Life of Man, 24 Stunden Cream, Hanf, Hyaluron. Hyaluron und Hanf. Oh, das ist eine tolle Mischung. Natürlich schön. Neukundenrabatt. Aha, wenn ich noch mehr kaufen möchte. Wenn ich noch mehr kaufen möchte. Super. Und nochmal ein blaues Papier. Oh. Und nochmal ein blaues Papier. Oh. Jetzt ist sie leer. Jetzt ist sie leer. So. Also. Das war meine Ferryman Box. Danke. Vielleicht da nochmal. Hanna. Vielen Dank Hanna. Werde ich alles ausprobieren. Tschüss. Cool. So. 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 Vielen Dank.